Sieben 2015 am Stand von Plexdor mit der Plexdor M7e, einer reinen PCI-Express SSD für das PCI-Express 3.0 Interface, angebunden mit 4 Lanes. Ihr seht, die ganze Platine auf einem ASRock Xtreme 11 X99, passt leider nicht ganz in den Slot hinein, aber neben der SSD an sich sind die Transferraten interessant. Dazu schwenke ich mal rüber. Ihr seht hier den Crystal Mark und zwar mit maximalen sequentiellen Transferraten von knapp 1300 MB lesend, sowie knapp 1009 MB schreibend. Dazu die Werte für 4K bzw. 512K und 4K QD32. Insgesamt aber eine sehr beeindruckende Performance. Das Laufwerk verfügt hier an der Stelle übrigens über 800 bzw. 894 GB. Preise, einen Marktstart oder sonstige Spezifikationen gibt es leider noch nicht zu sehen, bis auf das eigentliche Laufwerk. Bleibt abzuwarten oder zu hoffen, dass die SSD schnellstmöglichst in den Handel findet.